Hallo bei TechStage, das hier ist das Honor 5X, ein neues Mittelklasse-Smartphone von der Huawei-Tochter Honor. Die Ausstattung ist ordentlich und auch Materialauswahl und Verarbeitung sind auf einem höheren Niveau, als es der Preis von 230 Euro zunächst vermuten lässt. Was das Smartphone alles kann und wo möglicherweise die Schwächen liegen, das erfahrt ihr in diesem Testbericht. Bleibt dran! In diesem türkis-minzgrünen Karton liefert Honor das 5X aus. Unter dem Deckel geht es dann aber weniger farbenfroh zu. Das 5,5 Zoll Smartphone ist in den Farben Gold, Silber und Grau erhältlich. Ich habe für euch hier die graue Version, die sicherlich die dezenteste Option darstellt. Das 8,2 mm dicke Gerät sieht ähnlich schick aus wie die Mate-Reihe von Huawei, fasst sich aber nicht ganz so hochwertig an. Das mag einerseits am mit 158 Gramm vergleichsweise geringen Gewicht liegen, andererseits macht das Material auf der Rückseite einen etwas dünneren Eindruck. Rein optisch ist die Verwandtschaft aber auf den ersten Blick zu erkennen. Sämtliche mechanische Bedienelemente, nämlich ein Austaster sowie Wippe zur Lautstärkeregelung, sitzen auf der rechten Gehäuse-Seite und sind gut zu bedienen. Auf der Oberseite des Geräts befindet sich die 3,5 mm Klinkenboxe. Unten gibt es einen Micro-USB-Port zum Aufladen des Akkus und zum Übertragen von Daten. Etwas störend finde ich allerdings die Schutzfolie auf der Vorderseite, die sich mit einem Einschnitt rund um Ohrmuschel und Frontkamera deutlich bemerkbar macht. Man kann die Folie zwar abziehen, doch dann wird das Gerät vermutlich sehr schnell verkratzen. Gorilla-Glas oder ein ähnliches gehärtetes Glas gibt es hier nämlich nicht. Unter der Folie steckt ein 5,5 Zoll Display mit Full-HD-Auflösung, das es auf 401 PPI bringt. Die diversen QHD-Smartphones bieten zwar eine höhere Pixeldichte, aber ich vermisse zumindest keine Schärfe. Darüber hinaus ist die vollständig laminierte IPS-Anzeige erfreulich, blickwinkelstabil und farbenfroh. Oberhalb des Bildschirms gibt es eine 5 Megapixel-Kamera mit f2,4 Blende und 22 mm Brennweite im Kleinbild-Äquivalent, was einen großen Bildwinkel von fast 90 Grad ergibt und damit für Selfies sehr hilfreich ist. Die Knipse auf der Rückseite löst 13 Megapixel auf und bietet f2,0 und 28 mm Brennweite. Das Objektiv hat außerdem eine erfreulich geringe Naheinstellgrenze, was für Makrofotos gut ist. Für Fotos im Dunkeln ist ein Single-LED-Blitz an Bord, einen optischen Bildstabilisator gibt es übrigens nicht. Wie die allermeisten Smartphones liefert das Honor 5X bei Tageslicht recht schöne Fotos ab. Die JPEG-Kompression ist nicht allzu aggressiv eingestellt, was auch feine Details wie beispielsweise das Geäst von Bäumen gut erhält. Allerdings wirken sehr detailreiche Fotos, teilweise jedoch etwas überschärft. Bei mittelprächtigen Lichtverhältnissen, etwa in geschlossenen Räumen unter Kunstlicht, also Empfindlichkeiten ab ISO 400, bringt die Kamera allerdings ein merkliches Rauschen aufs Bild. Schade ist auch, dass gelbe und grüne Farbflecken auf den Fotos auftauchen, die auf eine mangelhafte Signalverarbeitung besonders im Rot- und Blaukanal zurückzuführen sind. Grundsätzlich geht die Farbwiedergabe aber immer noch in Ordnung, was den negativen Einfluss auf die Bildqualität sehr in Grenzen hält. Bei spärlicher Beleuchtung geraten die Aufnahmen dann allerdings schließlich stark verrauscht und die Farbwiedergabe leidet deutlich. Das ist für ein Smartphone allerdings nichts Ungewöhnliches. Die Bildsensoren sind schlicht zu klein, um in solchen Situationen noch ausreichend Licht einfangen zu können. Die Videoqualität des Honor 5X kann leider nicht überzeugen. Zunächst einmal empfehlen wir jedem frischgebackenen 5X-Nutzer die Qualitätseinstellung unbedingt vom Werkszustand 27p auf das Maximum 1080p umzustellen. Mit 27p-Auflösung geraten die Clips nämlich auch bei Tageslicht einfach nur grausig. Die Umstellung auf 1080p verbessert immerhin die Detailwiedergabe signifikant. Jedoch weisen auch hier die Videos einen sehr niedrigen Dynamikumfang auf und wirken als hätte man den Kontrast nachträglich stark nach oben gedreht. Bei schlechten Lichtverhältnissen taucht ein starkes und deutlich flimmerndes Bildrauschen auf den Clips auf. Die LED des Honor 5X hat im Videobetrieb eine Reichweite von bestenfalls 2 Metern. Die Farbwiedergabe gelingt auch bei den Videoaufnahmen gut. Mit Rolling-Shutter-Effekten hat das Honor 5X erfreulicherweise nicht zu kämpfen. Weißabgleichs und Belichtungsanpassung klappen zuverlässig, wenn sich während des Filmens das Motiv ändert. Beim Fokus muss der Nutzer allerdings häufig nachhelfen. Es ist aber auch positiv, dass das 5X nicht selbstständig wild herumfokussiert. Die Tonqualität fällt erfreulich gut und bassreich aus, wenn gleich das Mikrofon den Ton von allen Seiten recht stark einfängt. So hört man in ruhigen Umgebungen beispielsweise gerne einmal ein deutliches Schnaufen vom Nutzer. Und auch gegenüber Wind ist das Mikrofon ziemlich empfindlich. Ein nettes Feature ist dann schließlich noch die Zeitrafferaufnahme. Der Nutzer muss das Honor 5X lediglich irgendwo hinstellen und auf Record drücken. Und das Smartphone zaubert ein Video mit vorbeifliegenden Wolken und Co. Leider ist die Videoauflösung hier auf 1280x27 Pixel eingeschränkt und es gibt keine Möglichkeit, die Zeitraffergeschwindigkeit anzupassen. Auch wenn diese beiden Kunststoffstreifen auf der Rückseite auf den ersten Blick nach Lautsprecher aussehen, hier kommt kein Klang raus. Stattdessen hat das Honor 5X einen einzelnen Lautsprecher auf der Unterseite, der sich hinter den sechs Löchern hier auf der rechten Seite versteckt. Der Sound selbst geht in Ordnung und ist laut genug, um mal ein paar Freunden ein YouTube-Video vorzuführen. Klassenüblich fällt der Ton aber bassarm aus und klingt insbesondere bei hohen Lautstärken blechern. Der Kopfhörerausgang macht klangtechnisch einen soliden Eindruck. Wie die großen Brüder aus der Huawei Mate-Serie hat auch das Honor 5X einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. Dieses Sicherheitsmerkmal findet so langsam seinen Weg aus der Ober- in die Mittelklasse. Nach dem Einlernen funktioniert der Scanner zuverlässig. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, unterschiedlichen Fingern verschiedene Funktionen zuzuweisen, sodass beispielsweise der Mittelfinger gleich ein Foto schießt oder einen Anruf annimmt. Beim Prozessor setzt Honor auf den schon etwas älteren Qualcomm Snapdragon 615 mitsamt Adreno 405 GPU und 2 GB RAM. Der 64-Bit Octa-Core bringt 8 A53-Kerne mit, von denen jeweils 4 auf 1,5 und 4 auf 1,2 GHz getaktet sind und sich nach dem Big-Little-Prinzip die mehr oder weniger anspruchsvollen Aufgaben teilen. Während das SoC selbst eine solide Wahl ist, hätte der Arbeitsspeicher ruhig etwas größer ausfallen dürfen. Android inklusive der Huawei-eigenen Oberfläche E-Motion UI läuft aber erfreulich flott auf dem Gerät. Das spiegeln so auch die Benchmarks wieder. Im Antutu beispielsweise kommt das Gerät auf gut 36.000 Punkte und im Quadrant auf gut 25.000. Im Geekbench erreicht das Honor 5X 693 Punkte in der Single-Core und 3036 Punkte in der Multi-Core-Wertung. Damit spielt es beispielsweise in einer Liga mit dem Motorola Moto X Play, das mit gut 300 Euro allerdings ein Stück teurer ist. Der interne Speicher fasst 16 GB und lässt sich per MicroSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern. Wie bei anderen Geräten setzt Huawei bzw. Honor hier auf einen kombinierten MicroSD-SIM-Slot, in dem sich entweder eine Speicherkarte oder auch eine zweite SIM-Karte unterbringen lässt. Der Akku hat eine Kapazität von 3000 mAh und bringt damit ausreichend Kapazität für einen Tag intensiver Nutzung mit. Noch einmal zurück zu Android. Auf dem Honor 5X läuft Android 5.1.1. Darüber liegt Huaweis Oberfläche E-Motion UI in der Version 3.1. Ein Update auf 6.0 Marshmallow soll folgen. Auf einen festen Zeitpunkt wollte sich der Hersteller jedoch nicht festlegen lassen. Der größte Unterschied zwischen der EMUI und den üblichen Android-Oberflächen ist das Fehlen des App-Drawers. Sämtliche Anwendungen klatscht Honor einfach auf die Home-Screens. Geschmackssache, aber ich persönlich finde es eigentlich ganz praktisch. Ab Werk ist ein gehöriger Stapler an Apps vorinstalliert. Auf den standardmäßig vier Home-Screens verteilen sich insgesamt 62 Anwendungen, die zumindest teilweise in fünf Ordner einsortiert sind. Immerhin lassen sich die Applikationen auch deinstallieren, etwa Onors V-Mall-Shop oder der Honor-Club. Unterm Strich muss ich sagen, dass Honor mit dem 5X ein wirklich attraktives Paket geschnürt hat. Für 230 Euro gibt es hier eine runde Oberfläche, eine gelungene Verarbeitung und solide Hardware. Nur bei der Kamera, da hat der Hersteller eindeutig den Rotstift ansetzen müssen. Aber hey, 230 Euro!